Du sag mal, Lin, was liessest du jetzt schon wieder Spannendes? Ja, ich habe etwas sehr Interessantes entdeckt. Und zwar, hast du gewusst, dass die Universität Berner Abteilung für Gleichstellung vor allem Geschlechter hat? Nein, habe ich nicht. Was bietet es denn so an? Mega coole Sachen einfach. Es gibt verschiedene Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie bieten unter anderem ein Mentoring-Programm für junge Wissenschaftlerinnen an. Sie unterstützen die Vereinbarkeit des Studiums, des Berufs und der Familie. Und zusätzlich setzen sie sich auf gegen Diskriminierungen. Mega coole, nicht? Finde ich auch. Also mega zeitgemäss und richtig und wichtig, dass das die Uni Bern macht.